In diesem Video geht es um die besten Fitness-Trampoline. Der Qualitätssieger in unserem Fitness-Trampolin-Test geht an das Sportstech Fitness-Trampolin. Dieses Fitness-Trampolin ist App-kompatibel und besitzt einen Smartphone und Trinkflaschenhalter. Das Gymnastik-Trampolin hat eine Konsole, die ihre Sprünge zählt. Die Beine des Mini-Trampolins sind mega easy klappbar. Zudem ist die höhenverstellbare Griffstange unkompliziert abnehmbar. Diese Features machen das HTX 100 Fitness-Trampolin extrem leicht verstaubar. Hexagonal geschnitten sitzt die wasserabweisende Sicherheitsabdeckung perfekt auf der Gummiseilfederung und dem Gestell des Mini-Trampolins. Die rutschfesten Gummifüße senken das Verletzungsrisiko, denn ihre Gesundheit und Sicherheit liegen uns besonders am Herzen. Bestellen Sie jetzt und sichern Sie sich Ihr exklusives Trainingsvideo im Startpaket gleich mit. Freuen Sie sich auf Ihr individuelles Training mit Ihrem Sportstechgerät und einem erfahrenen Profi-Coach. Das HTX 100 überzeugt durch sein komfortables Sprungverhalten dank innovativem Gummizug-Federungssystem. Die Gerätehöhe des Sporttrampolins beträgt 76,5 bis 133 cm. Die Breite des Sporttrampolins beträgt ca. 1,37 Meter von Ecke zur Ecke, die Sprungfläche hat einen Durchmesser von genialen 0,915 Metern. So steht auch den ausgiebigsten Fitness-Workouts in den eigenen vier Wänden mit Sicherheit nichts mehr im Weg. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Hammer Fitness Trampolin. Die innovativen Jumping Points der Hammer Cross Jump Trampoline schaffen den perfekten Trainingsanreiz und sorgen dafür, dass das Jumping-Workout besonders effektiv wird. Die sechs Fußstützen des Hammer Cross Jump lassen sich bequem und in Sekundenschnelle über einen Druckknopf einklappen. Der Haltegriff kann abgenommen werden und das Trampolin unter dem Bett, hinter dem Schrank oder in einer Ecke verstaut werden. Das perfekte und besonders elastische Sprungverhalten des Cross Jump liegt sowohl am Premium-Aufbau der Gummiseilzüge, welche ein extrem intensives und langes Sprungtraining erlauben, als auch an der Profi-Sprungmatte aus widerstandsfähigem Industrie-Webstoff. Für maximale Sicherheit bei High-Intensity-Training sorgt die verstellbare T-Griffstange mit gepolstertem Haltegriff. Besonders für Anfänger und die ältere Generation ist ein sicheres und stabiles Trainingsgefühl von großer Bedeutung. Schnellere oder anspruchsvollere Übungsabfolgen sind damit kein Problem. Ein Ausdauertraining mit einem extrem hohen Kalorienverbrauch, welches viel Spaß macht und gleichzeitig die Belastung auf die Gelenke reduziert. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fitness-Trampolin-Test ist das Sport-Plus-Fitness-Trampolin. Das Hüpfen auf dem Fitness-Trampolin macht nicht nur jede Menge Spaß, sondern ist auch ein effektives Workout, das bis zu 700 Kalorien pro Stunde verbrennt. Die 5-fach höhenverstellbare Stange mit Haltegriff ermöglicht eine individuelle Einstellung auf die Körpergröße. Das Trampolin misst ca. 126 cm Durchmesser, das robuste Sprungtuch misst etwa 95 cm Durchmesser. Das Trampolin passt somit überall gut rein und eignet sich für jedes sportliche Level. Bitte beachten Sie bei der Montage der Gummis die in Schritt 6 der Bedienungsanleitung vorgeschlagene Reihenfolge. Dieses beliebte Indoor-Trampolin ist in drei Farben verfügbar. Die Farben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Schwierigkeitsgrad, sondern sind einfach nur Geschmackssache. Das Trampolin ist TÜV Süd geprüft nach Klasse H. Es ist bis 130 kg belastbar. Heb dank der gummierten Standfüße beim Springen nicht vom Boden ab und verfügt über eine Randabdeckung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.